Hallo ihr Lieben, mein Name ist Kurt Schulze mit Shrek 2008. Krass, schon sehr, sehr lange Zeit her. Ich wohne jetzt in wunderschönen New York. Sieht eigentlich nicht sehr wunderschön aus, aber es ist eine wirklich super Stadt. Ja, ich arbeite jetzt bei einer Fashionfirma, die heißt The Yes. Ich habe eigentlich diesen Hut gepackt an. Ist eine Startup, ist eigentlich sehr spannende Arbeit. Und davor war ich ein bisschen Investmentbanking bei Goldman Sachs. Dann habe ich mein MBA gemacht und ein bisschen Beratung davor. Also schon ein paar sehr, sehr spannende Zeiten und spannende Jahre. Ja, die Schulzeit war für mich eine unfassbar schöne Zeit. Also meine super Kumpels, meine Boys, die jetzt überall auf der Welt sind. Wir sind auch sehr eng verknüpft. Und habe sehr viel gelernt und habe gestern gedacht, wow, so seit der Schulzeit musste ich nie wirklich mein Gehirn so anstrengen. So diese Mathe-Probleme, die waren echt komplex. Und ich habe nicht einmal Physik und Chemie gemacht. Das war für mich zu komplex. Und naja, ich hoffe, es geht euch allen super gut. Benehmt euch gut. Wir waren ziemlich schlecht benommen, diese armen Lehrer. Aber ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und wenn ihr mal in New York seid, schickt mir eine Message. Und wir können ein schönes Bierchen trinken. Und ja, alles Gute. Ciao.